Einer der Zuschauer auf dem Kanal hat vor ein paar Wochen gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte über Einsparungsmöglichkeiten End-to-End in der Supply Chain. Ich habe mir mal mein Notebook genommen und ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich werde jetzt recht schnell durchgehen. Ziel ist wie immer, euch Inspirationen mitzugeben und dann könnt ihr selber mal, je nachdem, was für ein Unternehmen ihr habt oder tätig seid, in welcher Branche ihr arbeitet, welche Schwerpunkte ihr habt, welche Voraussetzungen ihr vorfindet, welche Investitionsmöglichkeiten oder Kapazitäten überhaupt vorhanden sind. Dann müsst ihr mal selber ein bisschen gucken, wo ihr mehr in die Tiefe gehen wollt. Das ist natürlich jetzt auch nicht vollumfänglich. Ich gebe einfach mal ein bisschen aus meiner Erfahrung, meiner Praxiserfahrung mit, was ich alles schon gesehen habe. Und es sind teilweise sehr, sehr banale, einfache Dinge, vielleicht auch ein bisschen so moderneren Themen. Mal sind es auch Quick-Vins, die man recht schnell umsetzen kann. Andere Themen sind vielleicht auch Projekte, Organisationsformen, an denen man mehrere Jahre arbeiten muss, um auch wirklich dann ein nachhaltiges, besseres Supply Chain Management aufzubauen. Ich werde mich so ein bisschen am Score-Modell, Plan-Source-Make-Deliver, dem alten Score-Modell, entlanghangeln. Also wir werden ein bisschen bei Transport-Distribution reingehen. Wir gucken ein bisschen auf Warehouse, Lager. Wir gehen vor allem aber auch ganz stark auf Supply Chain Management, End-to-End. Wir gehen ganz kurz in die Produktion und ein bisschen in den Einkauf. Mein Steckenpferd ist eher im End-to-End-Supply Chain Management. Ich bin nicht der Oberprofi. Ich habe zwar schon mal Lagerhäuser geleitet, aber das war nie so mein Thema, was mir so viel Freude bereitet hat. Da gibt es sicherlich Leute, die mehr Details zu beisteuern können, können aber vielleicht auch mal wieder mit Gästen hier im Podcast in Interviews anreisen. Also bleibt dran, seid gespannt und gleich legen wir los. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du im Supply Chain College herbeischaust. Fangen wir direkt an mit Savingsmöglichkeiten, Einsparungsmöglichkeiten im Transport-Distributionsbereich, letzte Meile-Bereich zum Beispiel. Und ich mache das querbeet, wie ich jetzt im Intro gerade gesagt habe. Das hat keine Logik. Zuerst das, dann jenes. Müsst, wie gesagt, gucken, was für euch passen könnte oder eben auch gar nicht passt. Ein Riesenhebel, vor allem wenn ihr im B2B, also im Business-to-Business-Umfeld unterwegs seid, also mit Industriekunden zum Beispiel arbeitet, mit Firmen arbeitet oder jetzt nicht im Endkundenbereich, im E-Commerce-Bereich, ist so das Thema Lieferfrequenzen. Lieferfrequenzen im Sinne von, wenn ihr institutionelle Kunden habt, wenn ihr Großkunden habt, Industriekunden habt, müsst ihr dort von heute auf morgen alle beliefern oder alle Kunden. Aufträge beliefern, könnt ihr vielleicht auch Fahrpläne erstellen im Sinne von einmal im Monat, einmal nur die Woche, an bestimmten Tagen etc., um dort ein Optimum zu erreichen. Dort ist ein riesen Hebel in der Regel gegeben. Und auch alles, was ich sage, bleibt mal bei diesem Beispiel, hat natürlich immer eine Konsequenz. Denkt an das Dreieck, Service, Kosten, Kapital, was ich hier schon hundertmal gepredigt habe. Wenn ihr auf der einen Ecke etwas optimiert, kann es auf einer anderen Seite natürlich einen Gegeneffekt haben und ihr müsst schauen, dass das wieder fürs Unternehmen und aus Kundensicht, strategischer Sicht immer noch richtig und relevant an dieser Schraube, Stellschraube zu drehen. Dann, bleib mal bei diesem Thema Lieferfrequenzen. Was ich auch gesehen habe, auch da wieder je nach Branche komplett anders, wenn man einen Lieferort hat, aber mehrere Kunden. Nehmen wir mal an das Beispiel, was ich jetzt gesehen habe. Man hat ein Altenheim und man hat verschiedene Altenheimbewohner oder Kunden in einem Altenheim. Jetzt wäre es ja neutral geblieben. Dann könnte es ja Sinn machen, dass ich jetzt nicht jeden Tag irgendwie andere Bewohner des Altenheims beliefere, sondern ich bündel das. Bestenfalls bündel ich das sogar auf eine Lieferung, auf einen Dienstleister. Nicht, dass irgendwie das kleine Paket mit Spediteur X die halbe Palette dann mit einer anderen Spedition geliefert wird, irgendwie einen Tag später. Also schaut mal, ob ihr solche Voraussetzungen habt. Dann versucht es zu bündeln im Endeffekt, zu clustern. Dort habt ihr unheimlich viele Optimierungsmöglichkeiten. Und die schlagen dann auch bis in den Kundenservice, das Auftragsmanagement oder Fulfillment durch. Dann Konsolidierung von Dienstleistern. Macht es Sinn, eine Spezialisierung oder eine Konsolidierung einzugehen oder beides? Also braucht ihr mehrere Paket-Dienstleister? Braucht ihr jemanden, der sich um das große, mehr Balki-Liefervolumen kümmert? Oder habt ihr eher viele Kleinlieferungen etc.? Schaut da mal rein, was Sinn macht. Oder müsst ihr verschiedene Vertriebskanäle zum Beispiel mit anderen Dienstleistern bedienen oder auch nicht? Ja, da müsst ihr mal ein bisschen rechnen. Da gibt es auch viele, viele Optimierungsmöglichkeiten. Klassiker. Ist immer noch nicht voll ausgerollt in vielen Unternehmen. Elektronische Dokumente, also elektronische Lieferscheine, Lieferabi und so weiter. Dass man halt weniger mit noch ausgedruckten Dokumenten unterwegs ist. Man hat dort viel mehr Möglichkeiten, dann auch Track and Trace und so weiter durchzuführen. Hat wieder bessere Daten, kann dann darauf wieder besser optimieren. Anderes Thema auch da. Klassiker. Mindermengen-Zuschläge. Habt ihr ein Geschäftsmodell oder Vertriebskanäle, wo sehr viele Kleinmengen bestellt werden, nachgefragt werden, könnt ihr da auf das Verhalten der Kunden Einfluss nehmen. Sodass ihr halt dann auch diese extra Komplexität, wenn ihr auf diese Kleinmengen geht, euch vergüten lasst oder sie sogar unterbindet. Kooperationen. Als Beispiel habt ihr Transportrouten-Relationen, auf denen ihr permanent nicht gut ausgelastet seid. Natürlich könnte man dann jetzt auf Stückgut und so weiter gehen. Aber man könnte vielleicht auch schauen, gibt es in meiner Nähe eine Industrie, die ich gut kombinieren kann mit meinen Produkten. Und können wir uns, ich sag's jetzt ein bisschen banal, ich weiß in der Praxis nicht so einfach, können wir uns die Ladekapazität teilen. Und so eine Win-Win-Situation erzeugen. Rundläufe erzeugen. Also wenn ich hoffrequente Relationen habe, auf denen ich permanent täglich zum Teil auch zwischen verschiedenen Lagerorten zum Beispiel oder Produktionsstätten, Lagerorten, LKWs oder Bahnwagen, was auch immer ich in der Hersteller, LKW, um das geht's mir hier besonders, buche ich die fest voraus, dass jeden Tag fünf LKWs zum Beispiel fahren, ja, von A nach B und dann von B nach A. Passt das mit den Volumen auch? Das hat wieder als Planer jetzt gesprochen, Planungsverantwortliche mag ich das zum Teil nicht. Das ist kostenmäßig super genial, aber vielleicht muss ich dadurch auch immer wieder Bestände aufbauen. Ich verlade Ware schon, die noch gar nicht für die Relation vorgesehen war und so weiter. Das wäre jetzt so eine Downside auch wieder. Denkt an die Downsides und rechnet ein End-to-End-Business-Case und guckt einen Kannibalisierungs-Kompromisseffekt da rein. Schaut auf die richtigen Ladungsträger oder im Sinne von, wenn ihr jetzt auf der Straße geht mit LKWs, es gibt ja verschiedene LKWs, es gibt lang LKW, es gibt eben LKWs mit verschiedenen Kapazitäten. Lass uns mal leidenhaft jetzt hier so stehen. Schaut an, dass ihr die richtigen Partner findet, die das richtige Equipment für euch haben mit den richtigen Kapazitäten. Guckt auf die Auslastungen der LKW, habe ich gerade mit Kooperationen schon ein bisschen angesprochen. Kann ich etwas an der Auslastung drehen oder nicht? Oder habe ich eben eine Überkapazität, kann ich die Kapazität abbauen oder agiler gestalten? Das wäre auch ein Thema im Transportation-Distribution-Bereich. Wenn wir mal weitergehen, sonst wird das Video wieder ewig, glaube ich, heute und es guckt wieder keiner zu Ende. Gehen wir mal ins Lager, ins Währhaus rein. Da sind so Themen, was habe ich mir hier aufgeschrieben, Voll- versus Anbruchpaletten. Also schaut doch mal, je nachdem, wie komplex euer Portfolio, euer Produktportfolio ist. Macht mal Auswertungen, wie viele Anbruchpaletten verladet ihr eigentlich regelmäßig im Vergleich zu Vollpaletten im Sortiment, je nach Segmentierung, je nach Produktkategorien etc. Und guckt mal, ob ihr dort etwas auch planerisch optimieren könnt, was dann wieder für das Lager, für das permanente Rüsten, Kleinmengen usw. vielleicht ein Optimum ergeben kann. Schaut auch so Klassiker, schaut mal auf die Palettenflüsse, wenn ihr mit Paletten arbeitet. Oftmals ist es ja so, dass viele Produktionsstätten und Lagerhäuser sind oftmals, gerade die großen, an Produktionsstätten angebunden, dass in den Produktionsstätten vielleicht oftmals, je nach Fördersysteme und Vorschriften usw. immer wieder neue Paletten eingesetzt werden. Aber schaut da doch mal, je nachdem, dass ihr in der Logistik noch die Paletten entsprechend in einem guten Zustand haltet, die guten Paletten aussortiert, um eben auch dann zum Beispiel auch dann in der Produktion oder in der Logistik, je nachdem, wo ihr den Kostenblock bei euch im Unternehmen angesiedelt habt, dass ihr dort auch Geld spart. Eine Palette auf den ersten Blick ist nicht sehr teuer, aber in Summe, gerade bei großvolumigen Industrien, geht das in Millionenbeträge ganz schnell. Also schaut euch da mal an, wie ihr das Palettenmanagement optimieren könnt. Rhetoren reduzieren, auch das geht vielleicht so ein bisschen auch Richtung Kundenservice oder Fulfillment. Welche Rhetoren erlaube ich überhaupt und welche nicht? Wie kann ich die Kunden vergüten, ohne dass immer jede Ware physisch zurückkommt? Wann macht es denn, die Ware physisch zurückzunehmen? Gibt es dort Grenzen und so weiter und so fort? Schaut da unbedingt rein. Hat einen Abstrahleffekt auf fast alle Supply Chain Funktionen. Optimierung, Ladungsträger. Hier geht es mir jetzt so ein bisschen nochmal um die, bleiben wir mal bei der Palette, das ist das Einfachste aus der Industrie, aus der ich komme. Wie viele Stück sind auf einer Palette? Wie ist die Volumenauslastung der Palette? Muss ich andere Packschemen entwickeln? Sogar andere Verpackungen, sogar mit dem Marketingvertrieb reden, dass ich sogar die Produkte modifiziere, um dort ein Optimum zu erzielen? Kann ich Produkte konzentrierter verpacken, dass ich mehr in eine Einheit reinkriege und so wieder mehr Stück auf eine Palette und diese Themen? Schaut euch die Verladeprozesse an, Automatisierung spielt hier eine große Rolle. Guckt an, welche Lagerarte überhaupt betreibt. Ich mache mal ein simples Beispiel, eine Getränkebranche, Blocklager. Dort hatten wir mal eine Studie gemacht, Operations Research, mit Operations Research Experten von der Uni Hamburg. Und am Endeffekt haben wir Lagerkapazität absolut reduziert. Wir hatten aber dadurch die Blöcke, also im Blocklager, die Blöcke kleiner gemacht. Also die absolute Lagerkapazität ist runtergegangen oder Anzahl an Paletten im Peak. Aber wir hatten im Durchschnitt dadurch eine viel bessere Lagerkapazität und Auslastung, weil eben das Portfolio vielleicht nicht mehr zum alten Lagerdesign gepasst hat, wie sich das Portfolio weiterentwickelt hat und so weiter. Also schaut euch diese Dinge an, führt mal Studien durch. Da müsst ihr nicht immer teure Dienstleistungen, da könnt ihr auch mit Unis zusammenarbeiten oder euch selber Simulationsmodelle beschaffen und antrainieren. Lauf- und Fahrwege. Guckt mal an das Thema Motion Mining. Da habe ich bei uns was Tolles gesehen von meinen Logistikkollegen. Das fand ich extrem spannend. Beschäftigt euch mal damit, googelt mal danach, sucht mal danach. Make oder Buy ist immer eine große Rolle, gerade im Warehouse. Welche Lagerorte sollte ich noch selber betreiben? Lohnt sich das, die selber zu betreiben oder so sieht die aus, weil ich vielleicht dann die Skaleneffekte intern nie selber erzeugen kann. Automassierung habe ich gesagt. Und Verpackungsoptimierung habe ich eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen in die Richtung mit Auslastungen, Stück in Terzherr-Verpackungen, dann wieder Stück pro Palette und diese Themen. Aber bei Verpackungsoptimierung geht es mir aber auch um Schäden. Schaut mal, wie viele Transportschäden ihr zum Teil habt. Kann man dort etwas optimieren? Und dann ist auch wieder so ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Oder kann ich irgendwelche, wenn ich ab und zu beschädigte Ware habe, kann man die irgendwie noch retten, umpacken und so weiter und verwerten, ohne dass sie dann direkt in Abfall landet. Sehr, sehr einfach, alles gesagt. Gehen wir mal kurz auf die Produktion. Da halte ich es jetzt sehr kurz, weil das ist ja ein ultratiefes oder auch komplexes Thema in der Produktion. Klassiker, nehmen wir mal die Klassiker. Rüstzeiten optimieren. Überlegt euch ein bisschen Stabilität. Da habe ich letztes Jahr hier einen Videopodcast zugemacht. Stabilität versus Effizienz. Guckt an, wo habt ihr wirklich Verluste, den Verlustbaum. Schaut vor allem in Themen wie, wie könnte man das nennen? Late Differentiation oder so spät wie möglich das Produkt in den finalen Zustand bringen. Das sage ich jetzt mal in meinen einfachen Worten. Also dann darüber habe ich Skaleneffekte. Darüber kann ich dann vielleicht auch eine höhere Komplexität, Produktvielfalt anbieten, ohne dass ich dann jedes Einzelprodukt in einer eigenen Charge dann schon von vornherein auf einer Anlage, in einer Zelle und so weiter herstellen muss. Verlustoptimierung. Also da geht es für so Rohstoffverpackungsmaterialverluste etc. Anfahr- und Abfahrverluste. Guckt ein bisschen so in Design-to-Cost-Lösungen. Sind die Produkte überhaupt richtig spezifiziert, entwickelt von der Produktentwicklung? Marketing angefordert etc. Sodass ich mit den vorhandenen Equipment, wenn ich jetzt nicht investieren möchte etc. Dann überhaupt kostenoptimal herstellen kann. Guckt in euer Netzwerk beim Lager genauso wie in der Produktion so ein bisschen Core vs. Satellite Konzepte. Welche Produktionsanlagen, Produktionsstätten sind eher für günstige Kosten, große Volumen ausgelegt. Welche haben dann halt einfach und die darf ich dann auch nicht benchmarken miteinander. Welche Lagerorte, Produktionsstätten, Standorte einfach gesagt sind eher spezialisiert auf Vielfalt, hohe Komplexität, Fertigungstiefe und so weiter. Habt da ein gutes Konzept. Mal macht es Sinn das zu kombinieren, mal macht es Sinn das auch auseinander zu reisen. Um immer auch dann voll aufs Extrem gehen zu können, wenn man das möchte. Guckt euch die Schichtmodelle, Betriebsvereinbarungen an, sodass ihr auch Überzeiten, gerade in den teuren Arbeiten, also die teuren Zulagen usw. euch sparen könnt, wenn möglich. Optimiert eure Planung. Auch da, was ist Optimum? Ist Auslastung wichtiger als die Bestände oder als die Agilität, die Flexibilität, das komplexe Portfolio, wenn ihr eins habt, so bewirtschaftet? Das hängt je nach Branche, ist total unterschiedlich zu beantworten. Reduziert eure Stillstände generell, guckt in Mastercycles, wenn das nötig ist. Ich bin kein Riesenfreund von, weil das schränkt unheimlich ein, aber es gibt Industrien, gerade eine Papierindustrie oder so, wo man riesenlang, also schichtenweise Rüstzeiten zum Teil hat. Also, wo man stundenlang umrüstet eine Anlage oder so. Da könnte das sehr viel Sinn machen. Guckt aber auch da, dass ihr eine gesunde Mischung habt zwischen, auch da wieder Sachen, die ihr jede Woche produziert, Sachen, die ihr vielleicht eher in einem krassen Zyklus produziert. Segmentiert euer Portfolio entsprechend. Und was habe ich noch? By-Produkte, By-Products, wie könnte man das nennen auf Deutsch? Also so Produkte, die während des Produktionsprozesses abfallen oder anfallen, die ihr aber nicht weiterverwenden könnt, könnt ihr die noch weiterverwerten. Einfachstes Beispiel aus meiner Vergangenheit, der sogenannte Biertreber im, ich nenne es mal einfach im Brauprozess, bei der Herstellung des Bieres, gibt es gewisse Abfallprodukte, die kann man an die Landwirte verkaufen zur Fütterung der Tiere etc. Und hat dann damit noch eine, oder kann es auch wieder zur Energie verwerten und so weiter. Und hat damit auch die Kosten minimiert, weil ich eine Nebeneinnahme von den By-Produkten erzeugt habe. Gehen wir schnell auf den Einkauf, bevor wir auf nochmal einen großen Block mit Supply Chain Management end-to-end gehen. Einkauf, auch da ist viel tiefer, als was ich jetzt nur anreise. Natürlich regelmäßig ausschreiben, Kooperationen eingehen, Inko-Türms auch angucken. Inko-Türms im Sinne, da geht es mir mehr drum. Will ich Ex-Works, Free-Carrier, ZIF, DAP, DDU, was auch immer geliefert werden? Also möchte ich einen Lieferant, der eigentlich alles abdeckt und bei mir einfach die Ware vors Lager stellt, fertig? Oder vielleicht sogar meine Kunden beliefert? Oder sage ich, nee, du gibst mir einfach mal, mach mal so eine Open-Book-Kalkulation, du legst mir mal deine ganzen Kosten offen, was auch immer ganze Kosten bedeutet. Es hat Einschränkungen, aber du zeigst mir mal, oder ich möchte mich selber um Transport-Lager kümmern. Weil ich glaube, das ist eher meine Kompetenz als deine. Du kümmerst dich darum, dass du das Produkt gut herstellst, zu guten Kosten, in der richtigen Spezifikation, Qualität, Zeit und so weiter. Ich kümmere mich um Lager-Transport, jetzt aus Supply Chain-Sicht. Und dann habe ich darüber Transparenz und der Lieferant kann da dort nicht noch irgendwelche Margen und so weiter reinschlagen. Auch da hat Vor- und Nachteile. Manchmal macht es Sinn, gerade, wenn ich noch ein recht junges Unternehmen bin, will ich vielleicht diese Logistik-Themen gar nicht zu mir nehmen. Und ich bin froh, wenn ich so einen Turnkey-Lieferant habe, der sich um alles kümmert. Auch da schaut mal rein, was für euch passt. Oder macht zumindest die offene Buch, die Open-Book-Kalkulation, um eben mal zu gucken, was wird denn wirklich verrechnet und kann das Sinn machen. Könnt ein bisschen benchmarken. Skaleneffekt ist sehr wichtig. Portfolio-Optimierung, komme ich gleich im Supply Chain-Management-Teil drauf. Da ist ja auch kleine Lieferanten eliminiert. Guckt ein bisschen auch, was macht Sinn, eben wenn ihr hohe Volumen habt, könnt ihr vielleicht auch mehr lange Distanzen eingehen mit den Lieferanten, Richtung Far East und so weiter gehen. Ihr braucht aber vielleicht auch Spezialitäten-Lieferanten, wo ihr vielleicht dann auch da die hohen Kosten einfach schlucken müsst und anderweitig über die Produkte absorbieren müsst. Guckt ein bisschen so einen Datenaustausch, VMI-Konzepte auch bei der Diskussion, hätte ich es anwenden können. Guckt, dass ihr VMI zu Kunden macht, genauso wie ihr VMI von einem Lieferant zu euch machen lassen könnt. Und Datenaustausch ist auch so simple Sachen wie einfach eure Bedarfe wöchentlich, monatlich, regelmäßig zumindest austauschen, dass der Lieferant seine Vorplan, Stufen, Kapazitäten und so weiter optimieren kann. Guckt auch mal an das Thema Hedging und da rede ich nicht über Währung, ich rede auch im Rohstoffbereich oder Energiebereich über das Thema Hedging. Da könnte viel Gutes tun, gerade wenn wieder volatile Marktphasen vorliegen. Zum Schluss möchte ich nochmal auf Supply Chain Management generell kommen. Was ich da Tolles gesehen habe die letzten Monate, auch wirklich in der Praxis, ist mit solchen, wie nennt man das, ich nenne es mal Bots, so Office-Bots und so weiter zu arbeiten. Gerade wenn ihr viele so im Order-Fulfillment, im Customer-Service-Bereich viele wiederholende Tätigkeiten habt. Irgendwas von der Liste in ein ERP-System übertragen, was auch immer, Rechnungen auslesen, irgendwo eintippen. Das kann man alles sehr, sehr gut automatisieren und so kann ich die Mitarbeiter für andere Themen als für solche langweiligen, wiederholenden Themen einsetzen. Oder ich muss sie gar nicht erst aufbauen. Guckt ein bisschen auch, wie wollt ihr organisiert sein. Also wenn ihr ein größeres Unternehmen seid, wollt ihr Cluster bilden. Gerade jetzt im Supply Chain Bereich, möchte ich ein regionales Supply Chain Cluster haben. Amerika, Asien, Europa als Beispiel. Oder gehe ich voll auf zentral in der Planungsorganisation, in der Displotionsorganisation und so weiter. Oder mache ich alles lokal, dezentral. Schaut euch das mal an. Ich bin ein Riesenfreund von zentral und Clustern. Relativ wenig gerade so die Admin-Funktionen. Relativ wenig lokal zu haben, bis auf vielleicht noch so Sachen wie Demand Planning. Und so ein, zwei S&OP-Spezialisten im Sinne von, dass dann mit den restlichen zentraleren, regionaleren Einheiten angeknüpft wird. Schaut natürlich in die ganzen Digitalisierungsthemen. Moderne Systeme, damit meine ich so Sachen, was ich hier alles schon auf dem Supply Chain College vorgestellt habe. Produkt Mining rein, dass ihr Portfolio Management Tools habt. Da bleibt man gerade mal beim Portfolio Management zum Beispiel auch. Das ist der größte Hebel und so unterschätzt von allen. Guckt, dass ihr die richtigen Produkte habt. Immer wieder Produkte rausschneidet, dass ihr Komplexitäten reduziert. Anzahl an Materialien in der Stückliste reduziert. Schaut, dass ihr dadurch dann Lieferanten reduzieren könnt. Dass ihr vielleicht auch mal Anlagen, Teile der Supply Chain outsourced, weil ihr das dann so zusammengekürzt habt, dass das keinen Sinn mehr macht, selber intern zu betreiben oder das ganz eliminiert. Dadurch macht er vor allem aber auch Platz für neue, modernere Dinge, innovativere Dinge. Das geht nicht immer nur darum, alles negativ zu restrukturieren. Aber da habe ich auch schon viel gesagt. Da habe ich auch letztens einen Vortrag gehalten, eine Stunde lang zu dem Thema. Wenn euch das interessiert, sagt es nochmal. Dann kann ich da auch nochmal sehr, sehr ausführlich mal eine Stunde oder so nur zum Portfolio Management mit euch reden und über das Thema reden. Aber das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema. Moderne Systeme, vielleicht auch Planung. Planung, mein absolutes Steckenpferd. Gibt es 50 Aufwärts-Videos wahrscheinlich zu Supply Chain Planning hier auf dem Kanal. Guckt, dass ihr wirklich in Planungssysteme investiert. Bei der Absatzplanung angefangen, dann aber auch in die Netzwerkplanung, Produktionsplanung, Beschaffungsplanung und so weiter. Guckt euch dort Themen an. Im Netzwerk Direktlieferungen versus über ein Zentrallager zum Beispiel zu gehen. Was macht Sinn? Keinen Sinn. Schaut auf so simple Dinge, die seit Jahrzehnten klar sein sollten. Aber ich habe es auch schon mal gesagt bei Green Planning, bei dem einen Videopodcast. Bevor ihr fancy Nachhaltigkeitsthemen macht, schaut, dass ihr eure Vernichtungskosten runterkriegt. Und das kriegt ihr runter über agile Lieferketten, kleinere Losgrößen, bessere Absatzplanung, bessere Portfolio Management, Abstimmungen, ein besseres Essen-OP und, und, und. Guckt da drauf. Guckt aufs Bestandsmanagement. Auch da, wenn ihr das Bestandsmanagement gut im Griff habt, braucht ihr weniger Lagerplatz, müsst ihr weniger transportieren, habt weniger alte Produkte, habt frischere Produkte, habt einen schnelleren Durchschlag, wenn ihr auch mal wieder eine Innovation bringen wollt, dass ihr das alte nicht so lange abverkaufen müsst. Und, 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 und eben Scrapping-Effekte positive. Könnt das Netzwerk restaurieren, kleineren Fußabdruck haben und so weiter. Eben, schaut euch die Studien an über das Netzwerk, Standorte, schaut euch die Wareinflüsse an, habe ich gerade schon gesagt, sorry für die Wiederholung. Das habe ich auch gesagt, bevor ich sage, durch, ein ganz wichtiges Thema, Durchlaufzeiten. Auch das ist so ein Klassiker, der eigentlich schon seit Jahrzehnten in den Unis und überall gelehrt wird. Im Sinne, gehen wir auch mal ein bisschen Richtung Lean Management, wenn man das da runter, TPM und so packen kann. Dann schaut, dass ihr eure Planlieferzeiten, Durchlaufzeiten verkürzt. In der Beschaffung im Einkauf, in der Herstellung, im End-to-End Supply Chain Management, in der Produktentwicklung, dann bis die Produkte, ne, dann irgendwann gefertigt werden, die Teile gesourcet werden und so weiter. Bis ihr zum Kunden geht. Wenn ihr diese End-to-End Durchlaufzeit verkürzt, das ist der absolut heilige Gral. Weniger Bestände, bessere Kundenservice. Ihr müsst weniger lang vorausschauen mit einer Volatilität planen. Ihr könnt vielleicht eine weniger genaue Absatzplanung in Kauf nehmen. Ihr nehmt unheimlich Kosten raus in der Regel. Je nachdem, habt auch ein paar mehr Kosten. Wenn ihr schneller sein wollt, dann müsst ihr vielleicht auch hier und da mal was investieren. Auch ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, besser qualifizierte Mitarbeiter in Kauf nehmen und, und, und. Das meine ich sogar positiv. Sorry, das war ein bisschen sarkastisch gemeint. Aber beschäftigt euch mit dem Thema End-to-End Durchlaufzeiten. Mappt das mal und guckt, wo ihr was rausnehmen könnt. Bestenfalls macht ihr das sogar übergreifend mit den Kunden zusammen, mit den Lieferanten zusammen. Und guckt, wo könnt ihr bei, bei, zusammen, mit dem Zusammenspiel, was für Daten könnt ihr euch offenlegen und so. Wie könnt ihr die End-to-End Durchlaufzeiten auch über die Firmengrenzen hinaus verkürzen. Und dann kriegt, habt ihr einen größeren Kuchen und jeder kriegt ein größeres Stück von größeren Kuchen. Agilität versus Effizienz. Das ist genau das gleiche Thema wie in der Produktion schon angesprochen. Das zählt im generellen Supply Chain Management. Guckt auch, was ist eure Strategie? Macht ihr überhaupt die richtigen Dinge? Siehe goldenes Dreieck der Supply Chain. Genau, und ich glaube, ich habe euch jetzt ganz, ganz viele Dinge an den Kopf geworfen. Es gibt bestimmt noch dreimal so viel, fünfmal so viele Themen. Wenn man jetzt vor allem mit Fachexperten in den einzelnen Supply Chain Bereichen, Logistik Bereichen und so weiter, Produktionsbereichen, Operations Bereichen, Procurement Bereichen und so weiter reden würde. Ich hoffe aber wie immer, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Kommentiert doch mal, was habt ihr mitgenommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt, liked, Kanal abonniert, auf Spotify etc. 5 Sterne da lasst. Und bleibt dran, denn ich habe demnächst ein paar richtig coole Interviewpartner schon in der Pipeline. Die Termine sind gesetzt. Und ich freue mich, euch im nächsten Video, Podcast etc. wieder zu begrüßen. Und ich freue mich, euch im nächsten Video, Podcast etc.